Es ist eben bei uns, wenn man mal drinnen ist, kommt man nicht ohne weiteres wieder draussen. Kannst du vielleicht noch erzählen, wie viele Leute momentan hier leben? Also die Klostergemeinschaft hat etwa 50. Da sind wir etwa 50. Wir sind zwar nicht ganz alle hier zuhause, aber wir haben natürlich x Angestellte. Wir haben etwa 180 Angestellte insgesamt. Was machen die alle? Ja, wir haben viele Angestellte in der Schule als Lehrer. Wir haben Handwerker, Personal in der Küche, Reinigungspersonal. Ich bin in einem traditionellen, katholischen Milieu aufgewachsen, in dem das Kloster bereits bekannt war. Eigentlich habe ich mich nicht gross den Kopf zerbrochen. Es war, wie gesagt, mehr oder weniger selbstverständlich, dass ich dann eingetreten bin. Mein Alltag ist strukturiert durch das Chorgebet, das wir regelmäßig verteilt auf den Tag miteinander zusammenkommen. Für das gemeinsame Gebet. Morgen um halb 6 Uhr, vierte ab 7 Uhr, vierte ab 11 Uhr, dann am Nachmittag um halb 5 Uhr und um 8 Uhr. Genau da. Säumt Bauch. Räume. Tschüss. Säumt Bauch. Щι. Nö. Gerard. Katische Geschichte. Achtung. Na, ich fange. Den Kip. Ich fange. Däun. Die Nykrip. Vielen Dank.